Ich hab die Alkohombos. Alles klar, Karst, wieder aufleben, geht rein, HP unter 50. Leute, jetzt ist mal Schluss mit der Zockerei heute. Komm, gehen wir ein bisschen Party machen, gehen wir feiern, reißen wir ein paar Mädels auf. Los! Ernsthaft? Franz, schnack dir nörders. Warum? Immer wenn du hungrig bist, wirst du zum normalen. Draußen ist scheiße. Besser. Besser. Kannst du wieder aufleben? Gesundheit unter 50. Nerders, denn um Fortpflanzung sollen sich die anderen kümmern. Kein Loslinge, hm? Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar.